Sie ist jetzt beim Sani an der Brückenstraße. Allerdings ist der Vater, der die Meldung abgegeben hat, auch nicht mehr hier. Das heißt, wenn er uns hören kann, dort kannst du sie jetzt holen. Wenn ihr also den Vater irgendwo suchen seht, Brückenstraße, Sani, dort ist seine Tochter. Und hier ist noch ein kleiner Hinweis. Heiko Flexig aus Oberlungenwitz, der bei der Gelegenheit seine Ehefrau Regina abgegeben hat, möchte auch die bitte abholen. Und nachdem wir das klären konnten, Freunde, haben wir noch einen schönen Song für euch mitgebracht, wo wir noch mal drauf zählen, dass ihr alle mit dabei seid. Wenn ihr noch ein bisschen Lust habt, habt ihr noch Lust? Okay, Freunde, dann gebt uns um eure Hände!